EWI Connectors ist Teil der Erich Jäger-Gruppe. Wir fertigen ausschließlich für den Automotive-Bereich. Und dafür suchen wir Maschinen und Anlagen für. Wir haben ja drei Maschinen. Für den Single-Wire produzieren wir Material für die Verseiler. Und für die Verseilerproduzierung waren dann das Material für die Tandem. Wir haben ein sehr klares Ziel. Das heißt, wir produzieren die beste Kabel. Das ist unser Spitzenprodukt. Das hat 15 Adern. Dann wird das vom LKW, von der Zugmaschine zum Hänger gekoppelt. Das ist, finde ich, einfach ein Spitzenprodukt. Die Jäger ist ganz flach. Also der Atem ist ganz locker. Sehr interessant und immer was Neues. Nie immer die Routine. Flexible Arbeitszeit. Wir haben eine sehr gute Zukunftsperspektive, eine langfristige Perspektive. Wir werden uns weiterentwickeln. EPC, super Firma. Wenn du Teil unseres Teams sein möchtest, dann bewirb dich jetzt. Wir freuen uns auf dich.